Und jetzt beginnt die Auffalljagd von Jenny Müller. Jetzt muss sie kämpfen. Am Boden, Lili aus China. Tja, richtig erwachsen ist sie geworden mittlerweile. Draußen. 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 da wird sie mit dieser übung ein bisschen an terrain verlieren hat schwerpunktmäßig salte vorwärts gezeigt humpelt ein wenig salte vorwärts gehockt in schrittstellung überschlag salte vorwärts mit ganzer schraube ein e teil ein teil der allerhöchsten schwierigkeitsstufe aber eben nur 9,2 50 damit ist auch sie aus dem rennen so